Kürzung von Beamtenpensionen. Kann die Pension eines Beamten gekürzt werden, wenn dieser auch noch zusätzlich eine gesetzliche Rente bezieht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Es kommen sehr, sehr viele Leute in unserer Rentenberatungskanzlei, die ganz normale Altersrentenfragen haben, aber es kommen auch Beamtinnen und Beamte zu uns, die zusätzlich zur Pension noch gesetzliche Rentenansprüche haben. Und da war es auch wieder mal so, da war eine Pensionärin, die hat also bei der Polizei gearbeitet und vor ihrem Polizeidienst war sie aber als Angestellte versicherungspflichtig tätig. Also das ist so eine, ich will nicht sagen typische, aber fast typische DDR-Vita. Das heißt also, die Leute waren zu DDR-Zeiten ganz normal sozialversicherungspflichtig beschäftigt und sind dann nach der Wende in den Polizeidienst aufgenommen worden und dort auch verbeamtet worden. So und jetzt bezieht die Dame eine Pension, schon längere Zeit und dummerweise wird ihre Altersrente, die sie hat, die war nicht groß, 400 Euro, auch noch zu einem bestimmten Teil auf die Pension mit angerechnet. Und jetzt steht die Frage, warum das so ist. Es ist relativ einfach. Es gibt für Bundesbeamte und für Landesbeamte in den entsprechenden Beamtenversorgungsgesetzen Vorschriften, die eine Anrechnung der gesetzlichen Rente an die Beamtenversorgung möglich machen. Beamtenversorgung meint Pension. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit der Anrechnung geschaffen. Und zwar sollen Beamte, die neben der Pension noch eine Rente beziehen, keine Gesamtversorgung, also sprich Rente plus Pension erhalten, die rechnerisch über dem gesetzlichen Höchst oder über der gesetzlichen Höchstgrenze von 71,75 Prozent des maximalen Pensionsanspruchs liegen können. Durch ein Zusammentreffen von Rente und Versorgung soll der Beamte nicht besser gestellt werden als ein regulärer Lebenszeitbeamter ohne gesetzliche Renteneinkünfte. Diese gesetzgeberische Zielsetzung hat das Bundesverfassungsgericht in verschiedenen Entscheidungen sogar auch bestätigt. Nunmehr ist klar, dass Pensionsansprüche immer dann gekürzt werden können, nicht zwingend müssen, aber können, wenn diese mit einer gesetzlichen Rente, die auch gezahlt werden muss, zusammenfallen. Also wenn die gesetzliche Rente noch nicht gezahlt wird, findet auch an die Pension keine Einkommensanrechnung statt, sondern erst dann, wenn die gesetzliche Rente tatsächlich gezahlt wird. Sollte die Rente und der tatsächliche Pensionsanspruch die sogenannte Höchstgrenze nach § 55 Absatz 2 Beamtenversorgungsgesetz Bund nicht überschreiten, dann hat der Pensionär oder die Pensionärin Glück, dann wird nichts angerechnet. Ansonsten wird die Pension um den Betrag gekürzt, der über dieser Höchstgrenze, die in den entsprechenden Beamtenversorgungsgesetzen gesetzlich geregelt sind, liegen gekürzt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.